Nun sind wir eigentlich wieder hier, Meister. Ja, ja, komm mit, komm mit. Wir müssen jetzt... Ja, Meister. ...portal. Machst du? Na, 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 komm! Rein da! Rein da! Rein da! Ich kann mal... Rein! Na, geht doch! Ei! Ja, ist weg. Er ist nicht da! Wie erwartet. Was ist los? Er ist nicht da! Was? Das ist gut! Wir sollen das gut sein. Er konnte fliehen. Ah! Was denkst du dir denn dabei? Glaube dir geht es nicht mehr ganz gut. Glaubst du ich... Was ist das? Ben? Nein. Ja? Ich bin ein freier Mann. Du bist nicht frei. Solange ich noch am Leben bin, hast du kein anderes Leben. Lass mich! Ah! 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 Halt! Dann kommst du zurück. Warte dich! Nein! Komm mit! Komm mit! Kannst du noch den guten alten Apparaten? Nein! 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 Doch, da rein! Ah! Höhen da drinnen! Nein! 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 Oh! Nein! 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 Niemals! Ah! Ah! Doch gesagt! Hier! Weißt du was das ist? Hier! Deine Beerdigung! Ah! Mann, du... Ich hab aber... Ich hab gerade keinen Hunger! Ah! Ich hab... Nein! Ich hab wirklich keinen Hunger! Ich hab da wirklich keinen Hunger. Hier! Kannst du dein Brot wiederhaben? Ah! 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 Oh! Danke! Nein! Nein ich denke das sollte eine Gehörnachrichtung Nein müssen dein Willen vollkommen zerstören Hilf mir Ich werde dir nie georschen Nein Matze Hilf mir Such die Kristalle Welche Kristalle? Wenn du mich hörst such die Kristalle So geheuchst du mir jetzt das Brot jetzt endlich Ich habe immer noch keinen Hunger Meister Gehts dir wieder besser? Geheuchst du mir auch wieder? Bist du dir sicher? Ja Meister Gehen wir uns aber lieber trotzdem mal sicher Doch Keine Doch Aber wenn du mir gehörst da brauchst du natürlich ein bisschen was besseres Das ist für mich Danke Meister Ja Wir verstehen uns doch da gehört sich sowas ne Aber darf ich das Meister sagen lassen? Ok Na klar Geht mir auf die Nerven Ok Was ist meine Aufgabe? Du wirst Mats suchen Du wirst ihn jagen und ihn mir bringen Lebend oder tot Das werde ich machen Seine Existenz ist für uns nicht von Bedeutung Wir brauchen ihn also nicht Wenn er sich weigert Würdigen Ok Los Du wirst jetzt auch eine Pistole Du solltest ihn also von Fernum treffen können Ich werde jetzt den Mats holen Das ist jetzt das Wichtige Um meinen Meister stolz zu machen Der Teleporter Ich glaube da ahnt er was Der hat bestimmt schon etwas gebaut Aber Ich werde ihn schon finden Auch wenn wir damals Freunde waren Er muss zu mir Zu Ben kommen oder Er muss sterben Matze Hey Matze Da ist er ja Oh Hallo Sartrun Hi Ist Ben bei dir? Sartrun was ist los mit dir? Der Gebieter bin ist dich wieder mitzunehmen Wenn du nicht gehörst Dann bist du tot Aber Sartrun Komm doch erstmal mit Ich Komm vielleicht erstmal mit in mein Haus Das ist die letzte Warnung Das ist die letzte Warnung Komm mit Oder du bist tot Mein Gott Mein Gott Was soll ich machen? Geh voran Sartrun Hör mir zu Nein Sartrun Sartrun hör mir zu Ich brauche den Den richtigen Sartrun Hörst du mich? Sartrun Ich bin der richtigen Sartrun 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 Wir müssen Wir müssen uns verbünden Wir müssen gegen Ben kämpfen Wir beide müssen gegen ihn kämpfen Wir brauchen die Kristalle Weißt du nicht mehr Unser einziger Weg Mit Ben zusammen zu arbeiten Nein Wir Wir beide Müssen den Weg bestreiten Wir brauchen Sartrun Sartrun Nur noch ein Warte hier Ganz kurz Nur wirklich ganz kurz Ich will dir was zeigen Willst du was zeigen? Ich Ich will dir was zeigen Vielleicht Bring dich das wieder auf Auf die Gedanken Ich bin bei klaren Gedanken Matze Ich bin bei klaren Gedanken Warte Hier Hier Komm Komm her Hier Guck Guck dir das mal an Das hier Das sind Star Pieces Ich weiß es Ja Weißt du nicht mehr Was wir mit diesen machen müssen Ich weiß was wir damit machen müssen Sartrun Aber die einzige Möglichkeit Hier zu entfliehen Ist mit Meister Ben Mit meinen Gebietern Nein Nein Er ist nicht dein Meister Er hat dich Er hat dich nur Verwirrt in deinem Kopf Und Er hat dein Haus zerstört Ich weiß Weißt du das nicht mehr? Er hat dein Haus zerstört Das war mein Wunsch Wo Wo bist du? Hinter dir Hä? Ich 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 seh dich nicht Aber das spielst du oder? Au! Ja! Ich Ich kann dich nicht sehen Nein Mein Gott Bist du Bist du jetzt? Matze Als Freund Ich muss Dem Befehl gehorchen Aber Flieh Flieh am besten Geh Geh Matze Geh Ich Ich seh dich nicht Du siehst mich wirklich nicht? Warte Nein Aber Matze Hast du nicht Mir zugehört? Satrun Du Du musst Du musst wieder zu klaren Gedanken kommen Du musst Du musst Einfach wieder Ach Satrun Matze Wir beide müssen doch Miteinander kämpfen Wir beide sind das Team Und dieser Ben Er macht Er macht dich nur wahnsinnig Er spielt dir falsche Sachen vor Er Er ist nicht dein Meister Matze Matze Wir Wir müssen das Machen Satrun Such die Star Pieces Ich kann nicht weg Er hat dich Völlig unter Kontrolle Ich Ich weiß Ich hab Ich hab euch beobachtet Er Er hat Dich irgendeiner Gehirnwäsche unterzogen Was ist hier los? Ich muss weg Wieso dauert das? Martin in Ruhe Ich muss weg Matze Flieh Ich muss weg Ich muss weg Ich muss weg Meister Oh mein Gott Meister Wie kannst du sowas wagen? Das war noch das schwache Ich Von mir Wie oft soll ich dir noch vertrauen? Ich Vertraue Niemandem Habe ich gelernt Damals Du versuchst mich zu bezwingen Du versuchst mich unter deine Kontrolle zu bringen Du gehäust mir Ja Ich such jetzt Meister Ich werde das auf eigene Faust erledigen Werde ich Auf Hei Ich werde dich Auf Ich werde dich Aufhalten Du wirst es nicht schaffen Du wirst es nicht schaffen Irgendwo sein So